den neuen job von jürgen klopp sollte sich nicht reimen tut es aber wunderbare einleitung jürgen klopp deutschlands beliebtester fußballtrainer wird ab januar 2025 global head of soccer bei red bull ja das ist die wahrheit der wir ins auge blicken müssen ob der erste teil deiner aussage noch so stimmt das wage ich zu bezweifeln der beliebteste ja der ehemals beliebteste trainer deutschlands ja möglicherweise auf jeden fall ist er jetzt der fußballchef für rb leipzig rb salzburg leeds new york bagantino und omia ardilla und paris fc ist wohl in the making paris fc soll noch dazu kommen und ich glaube das wird nicht der letzte klub sein bevor wir jetzt hier ins inhaltliche gehen und wir versuchen das ganze auch mal aus klopps sicht zu beleuchten einmal ganz kurz über die aussagen die so im rahmen der verpflichtung getätigt worden sind das ganze im offiziellen presseausland nach fast 25 jahren der seiten hier könnte ich nicht aufgeregter sein mich an meinem an einem projekt wie diesem zu beteiligen die rolle mag sich geändert haben meine leidenschaft für den fußball und die menschen die fußball zu dem machen was er ist aber nicht gemeinsam können wir entdecken was möglich ist ich sehe meine rolle in erster linie als mentor für trainer und management der red bull clips aber letztendlich bin ich teil einer organisation die einzigartig innovativ und zukunftsorientiert ist wie gesagt nichts könnte mich mehr begeistern ich glaube dass tatsächlich zu einem gewissen teil dass das stimmt ich auch weil was man nicht vergessen darf ist jürgen klopp hat sich in der vergangenheit positiv über das konstrukt rb geäußert ja das konstrukt red bull im fußball ja der war dem ganzen nicht abgeneigt und jetzt mal ganz einfach gesagt wenn du diesem konstrukt nicht abgeneigt bist dann ist ja wohl dieser job mega geil dann ist der sehr aufregend und wenn du diesem konstrukt nicht abgeneigt bist und du als trainer wie kaum ein zweiter für eine gewisse philosophie stehst und diese philosophie mal als schablone über das legst was red bull versucht zu machen ist es schwer dann nicht einen fit zu sehen in meinen augen der ich meine dass das die red bull schule gegen pressing und das was jürgen klopp jahrzehntelang hat spielen lassen da gibt es durchaus einige über überlappungen ja ich glaube er hat sogar selber mal als fußball spielweise wie der junge jürgen klopp beschrieben ja grundsätzlich ist es trotzdem aber eine große überraschung die da jetzt gestern ans licht gekommen ist ich glaube wir waren alle ein bisschen geschockt aber in meinen augen ist es nur eine überraschung auf den ersten blick und eben nicht auf den zweiten weil wie gesagt er eben sich auch ich finde bis auf dass er bei absoluten traditionsclubs angestellt war und trainer von absoluten traditionsclubs war dort jeweils eine ära geprägt hat hat er sich selten bis gar nicht zumindest in meiner erinnerung als der ganz große fußball romantiker initiiert insbesondere wenn du dich halt dann auch noch positiv gegenüber dem ganzen rb konstrukt äußerst ja ich finde was man ihm folgen kann und da geben wir ich muss gar mal einen schritt zurückgehen aber nur ganz kurz ich finde er hat vielleicht sich nicht stilisiert als der große fußball romantiker er wurde als solcher betrachtet er hat und er hat damit klokettiert er hat zumindest ein bisschen angenommen mal einen schritt zurück und ein bisschen größer betrachtet wir haben in den letzten jahren beide mehr und mehr einblick in den profi fußballbereich bekommen an verschiedensten berührungspunkten und eine sache die ich schon ein paar mal in verschiedenen content pieces gesagt habe und die wahrer wird mit jedem tag dem man dem man sich in diesem umfeld auffällt ist der ganz ganz große teil der im profibereich arbeitenden personen von management ebene runter bis zu spielern sieht rb deutlich unkritischer als der durchschnittliche fußballfan in deutschland hundert prozent ich glaube und ich finde max eberl ist hier ein gutes beispiel ich glaube viele die in dieser bubble aktiv sind und wenig berührungspunkte so richtig nach außen haben außerhalb dieser bubble sind dann selber sogar überrascht wie negativ das gesehen wird ich wie gesagt max eberl finde ich das beste beispiel ich glaube nicht dass max eberl damit gerechnet hat was danach passiert ist ich glaube nicht dass jürgen klopp damit gerechnet was gerade mit ihm passiert ich glaube das nämlich auch nicht weil man muss es ja auch irgendwo nachvollziehen können diese jetzt mal diese beiden personen als beispiel arbeiten seit jahren seit jahrzehnten in diesem profi fußball wo das ganze viel akzeptierter ist wo wo du auch ständig berührungspunkte mit denen hast natürlich ja wir und für uns ist rb ein abstraktes konstrukt gegen das unsere mannschaft einmal spielen muss in der saison dann regen wir uns auf für die leute im fußball gibt es berührungspunkte ja fair enough ja das zum einen und ich glaube als sportlicher verantwortlicher guckst du da drauf und findest es super super spannend was die da machen was die da aufziehen weil als sportlicher verantwortlicher eines vereins willst du ja viel von dem erreichen was rb mit ihrem konstrukt erreicht hat nämlich diese jungen talente entdecken fördern und dann an die weltspitze bringen und damit dann die klubs immer stärker machen das ist ja etwas was jeder sportmanager und eigentlich auch jeder trainer haben will jeder will ja diese spannenden spannenden talente jeder will sie ja weiterentwickeln entwickeln jeder will ja dieses netzwerk haben was rb zur verfügung und dementsprechend ist es für diese betroffenen personen glaube ich deutlich interessanter weil sie eben auch in diesem kosmos unterwegs sind als jetzt für außenstehende wie uns an dieser stelle einmal verweis für alle die sich noch mal eine auffrischung brauchen bei der problematik red bull und der bundesliga gibt es diverse gute videos auf youtube ich habe auch mal eins gemacht darum hast die bundesliga red bull ist jahre alt kann man können wir auch hier verlinken ist form und football können wir trotzdem hier verlinken ich meine man muss es nur weil das ist jetzt nicht das video in dem wir das machen wollen so aber ganz kurz ja das ist ja nicht das einzige problem es gibt ja noch ein global globales problem was viel zu viele l's in diesem satz gewesen ja für mich global das liga's ladies globales problem wirklich es gibt ja auch ein globales problem nicht nur das bundesliga bezogene problem weil dadurch dass du eben durch immer mehr clubs ein weltweites netzwerk schaffst verschaffst du dir einen wettbewerbsvorteil auf globaler ebene im fußballbereich also es ist nicht nur rb leipzig sondern das ganze konstrukt rb ist ein problem an der stelle ein weiteres video das ich empfehlen möchte multi club ownership frontal 21 auch ein video von mir heute wird charme was gut nehmen sie alle mit die ganzen ja aber weißt du das ist also ich glaube für viele leute wird die problematik hat bull gerade für jüngere zuschauer und multi club ownership vielleicht jetzt mit dem jürgen klopp wechsel zum ersten mal wieder interessant und relevant und deshalb glaube ich ist es wichtig ein bisschen einordnung zu machen gibt mir ein zwei setze nur ganz ja denn in der gibt gesamten bewertung wenn wir das jetzt wenn wir da jetzt noch weiter darauf eingehen muss man schon mal eine unterscheidung treffen und zwar national und international international juckt das keinen schwanz muss man mal so sagen ich bin in meiner pro clubs gruppe habe ich kein joke mainzer dortmunder kennst du beide und den dritten kennst du auch einen englischen liverpool-fan da kannst du also vorstellen das sind die drei da ist natürlich kommt überall säulen heiliger und ein reaktionen der drei konntest du quasi ganz klar ablesen wie unterschiedlich die emotionen bezüglich dieses wechsel sind das ist auch verständlich denn red bull hat in england natürlich keine keine bedeutung in der form noch nicht noch nicht so jetzt muss man glaube ich erklären warum gestern die reaktionen zum teil so stark ausgefallen sind wie sie das sind und das kam ja vor allem und auch viel aus dem bereich borussia dortmund fans wir fußball fans denken den fußball schwarz weiß da können wir uns gar nicht so richtig gegen wehren viele von uns tun das ja der grund dafür ist und wie gesagt ich glaube das ist gar nicht die schuld von fußball fans der grund dafür ist dass immer mehr schwarz aufgekommen ist in den letzten jahren immer mehr dinge die im fußball dir nicht so schmecken die einem nicht gefallen mit denen man nicht d'accord geht so dass du fast automatisch dazu tendierst die positiven dinge auf dem podest zu stellen und viel positiver zu sehen als sie sind und jürgen klopp war in dieser einfach gedachten schwarz weiß einordnung bis gestern im team wenn weiß das positive ist dann im team weiß ja und das hat sich gestern umgekehrt gestern hat er diese entscheidung bekannt gegeben an dieser stelle übrigens wer auch immer von euch mir im august oder juni oder juli gesagt hat dass genau das passiert bitte schreibt mir eine dm und sagt mir woher du das wusstest weil irgendeine person hat es mir irgendwo erzählt und ich habe einfach nur gesagt ja ja spinn mich rum so wir hätten das einfach exklusiv gehabt im vor monaten vor irgendjemand hat es gewusst und das ist glaube ich dass das muss man glaube ich dazu sagen jürgen klopp war für ganz ganz viele fußballfans bis gestern im lager die leute den fußball lieben auf dieselbe art und weise wie wir also wie wir jetzt aus sicht der fans und auch aus meiner persönlichen sicht ganz klar er war zu verordnen er im lager der fußball traditionalisten das war wahrscheinlich falsch denn auch jürgen denn auch liverpool ist ja kein ist ja auch ein investoren gesteuerter klub etc also ich glaube ich glaube dass du in dem aktuellen profi fußball diese ganz klassische vorstellung von fußballromantik und traditionalismus nicht mehr nicht mehr erleben kannst der finanzielle anreiz stärker als jeglich alles was wir fußball traditionalisten an den tisch bringen können genau da habe ich einige gedanken zu weil ich glaube da ist ein grundsätzliches problem gerade unserer gesellschaft was du da natürlich auch oder was im fußball gespiegelt wird nämlich mit diesem schwarz weiß denken weil es ist nichts ist nur es gibt das eine und es gibt das andere außer bei einem an und aus knopf aber das ding ist ja ja jürgen klopp stand vielleicht für viele dafür und ich glaube das kommt allein daher dass er eben für diese klubs gearbeitet hat dass er für emotionalität und leidenschaft in bezug auf fußball stand oder auch immer noch steht und rb eben nichts davon ist aber zu dem grau bereich gehört ja auch dazu dass dieser man seit er cheftrainer irgendwo gewesen ist für sämtliche firmen dieser welt werbung gemacht hat und da ist mindestens eine besonders fragwürdige schon mit dabei gewesen für die er das gesicht dieses unternehmens geworden ist und da dann immer noch daran zu glauben dass jürgen klopp für all das steht was du gerade beschrieben hast ist ja dann auch irgendwo in gewisser weise ein bisschen naiv weil er stand vielleicht zum teil dafür aber jürgen klopp es ist ein ganz wichtiger punkt jürgen klopp hat uns die letzten 15 jahre relativ klar versucht zu sagen wer er ist und zwar jemand der für geld fast alles bereit ist zu machen und was er hätte werden können ne bäcker pilot zahnarzt wäre alles besser gewesen als das gestern aber genau das ist nämlich ein wichtiger punkt jürgen klopp hat niemals den eindruck gemacht auf geld zu verzichten um irgendwelche werte des fußballs zu verteidigen oder was auch immer das war nie der fall und auch da wieder wir sind so sehr in diese in diesen viele von uns sind so sehr in diesem blick schwarz weiß mäßig gefangen dass wir eben quasi nicht bereit sind das zu sehen weil wir den ja in unserem lager wähnen demnach wollen wir nicht das negative sehen und ich glaube was auch mit da reingespielt hat ist und ich glaube welchen fehler man jetzt nicht machen darf für mich bleibt jürgen klopp weiterhin ein sehr charismatischer sehr sympathischer mann grundsätzlich nur von seiner persönlichkeit war er nie für mich ja das stimmt da haben wir uns schon immer unterschieden der auch für wie ich finde gesellschaftlich vor allem die richtigen dinge kann man dann jetzt zu einem konzern gehen der ganz klar politisch eher auf der anderen seite des spektrums einzuordnen das ist das was mich so enttäuscht das ist das was mich so enttäuscht gar nicht mal also für ich versuche ja immer dann so schritte nachvollziehen zu können und das habe ich ja am anfang gesagt wenn du dieses konstrukt tolerierst und das spannend findest dann findest du diesen job besonders spannend und exciting aber das enttäuscht mich halt weil für mich stand er halt von der persönlichkeit für etwas anderes aber gut das ding ist ja wir haben nämlich jetzt noch eine seite gar nicht beleuchtet nämlich die rb perspektive wir sind noch nicht fertig okay aber worauf ich nämlich hinaus wollte ist warum macht er das vielleicht weil das spannend findet aber vor allem weil sein konto das besonders spannend findet also da muss man sich auch nichts vormachen denn das muss man muss man dazu sagen im profibereich wird red bull unkritisch gesehen jürgen klopp hat sich in der vergangenheit in die richtung geäußert dass man sowas absehen konnte jürgen klopp wusste aber auch oder weiß auch ganz genau dass er zum beispiel bei borussia dortmund eine ikone ist und er weiß ganz genau dass die grundlegende stimmung unter bvb fans gegenüber rb leipzig eine der 100 prozentigen ablehnung ist das weiß er das wusste er das hat er in neun jahren acht jahren liverpool nicht vergessen und deshalb das muss man eben dann auf der anderen seite sagen ich kann mich in die position reindenken dass ich sage ich verstehe auch wenn es mit meinen werten nichts zu tun hat wie man zu dieser entscheidung kommt aber eine sache muss man festhalten jürgen klopp hat sich ganz bewusst dafür entscheiden entscheiden der wurde nicht erpresst der wurde nicht der hat man nicht die pistole vor die brust gehalten er hat sich bewusst dafür entschieden sich bei rb vor den karren spannen zu lassen und zwar nicht als trainer sondern als nummer eins als nummer eins dieses rb projekts das das muss man einfach sagen dass er das gemacht hat minzlaff ist red und klopp ist jetzt bull ja ja ich glaube es gibt dreiköpfiges stirn noch über jürgen klopp mega minzlaff ist einer davon aber er ist der head of fußball hat er ist der head of soccer das macht mich am meisten sauer dass die nicht head of football da reinschreiben ja ja das ding ist halt ich würde jetzt schon langsam zur rb perspektive kommen weil da jürgen klopp ja eine sehr große rolle spielt logischerweise dann lassen es noch lassen es noch den den einsatz abbinden sagen ich hätte viele leute haben mir gestern so geschrieben von wegen ja nico hat es immer gewusst ich bin gestern ich habe diese meldung gelesen ich hatte kein bisschen das gefühl von ha ha ich habe es euch gesagt sondern einfach nur was eine scheiße alter genau das wollte ich nur mal an dieser stelle loswerden dass ich trotz alledem auch ich daran geglaubt habe dass jürgen klopp sowas nicht machen würde und ich verstehe die enttäuschung und den rage out der sich im internet abspielt das wäre nämlich jetzt meine frage gewesen hättest du damit gerechnet du wärst noch der am ehesten glaube ich in die richtung gewesen so ja alles vorstellbar und ich bin auch mittlerweile so abgestumpft dass ich jedem eigentlich alles zutraue was red bull angeht vor allem gesagt irgendjemand hat es mir gesagt und ich habe den gedanken sofort verworfen habe in der sekunde gesagt laber mich nicht voll genau und das ist aber eine gute überleitung zu dem was ich noch sagen will weil in meinen augen ist es aus jürgen klopp sich das hast du gerade sehr sehr gut beschrieben dieser dieser image schaden in den er offenen augen gerannt ist das einfach nur dumm wirklich wer sich natürlich für besonders clever hält ist oliver minzler ist red bull auch nicht gut gelaufen oder warte weil der gedanke dahinter ist natürlich ganz klar das ist ein reiner marketing machen wir uns mal nichts vor natürlich ist jürgen klopp natürlich ist jürgen klopp bestimmt jemand der mit seiner erfahrung und mit seinem charisma und mit all dem guter berater ist und da bestimmt auch gute gedanken mit reinbringen kann aber für viel mehr wurde er gar nicht geholt meines erachtens das ist ein reiner marketing move weil es gibt bestimmt auch leute die nicht jürgen klopp sind die deutlich unbekannter sind die ähnlich gut in dieser position sein würden die wahrscheinlich sogar und was die vita angeht noch eher dafür in frage kommen es war der mit abstand größte fisch den red bull für diese position besorgen könnte ich meine du hast es ganz am anfang gesagt das ist der beliebteste trainer deutschlands den wollten da wurden petitionen gestartet weiß ich nicht ob petitionen gestartet wurde aber gefühlt dass der nicht nur bundestrainer sondern bundeskanzler oder bundespräsident dass der deutschland auf euro auf und später dann noch wer wird millionär moderiert so weit war es schon ja und diesen diese figur dieses gesicht für dieses unternehmen als oberstes haupt zu bekommen ja ist ein marketing move ja die frage ist ein marketing move hat ja ein gewisses ziel nämlich die akzeptanz und beliebtheit von red bull zu steigern wenn du dir den beliebtesten trainer deutschlands holst und ich glaube da haben sie sich ein bisschen ins knie geschossen ich glaube das könnte langfristig immer noch funktionieren ich glaube was es im ersten moment getan hat gestern war erstmal leute für das thema sensibilisieren und dass leute jetzt quasi wieder sich mehr mit dieser thematik beschäftigen und fragen warum ist denn überhaupt die abneigung hier so stark und das glaube ich war nicht im sinne von rb ja ich bin ein bisschen zwiegespalten weil ich glaube dass das zum einen bestimmt passiert ist bei leuten die wirklich sich dafür interessieren ja bei leuten in unserer bubble ich glaube aber doch dass ganz viele leute denken ja gut wenn jürgen klopp dahin geht was soll schon also was soll schon so schlimm daran aber das ist ja auch das ist ja ein ganz klassischer fall von von der normalisierung von dingen die nicht normalisiert werden sollten so läuft das eben schritt für schritt jetzt er jetzt dies jetzt das das war ein großer großer aber ich bin jetzt sehr gespannt wie jetzt die nächsten schritte aussehen könntest du dir vorstellen dass wenn rose rausfliegt dass er sich an die seitenlinie stellt bei bei rb und was ich mich gestern abend irgendwann gefragt habe war aber moment moment wäre es schlimmer nur ganz kurz wäre es schlimmer wenn er trainer bei red bull geworden wäre oder ist das schlimmer trainer natürlich doch 100 prozent weil ich weiß nicht der gesamte impact könnte schlimmer sein von dieser position wie der gesamte impact könnte ja könnte schlimmer sein ich glaube aber er wird nicht im tagesgeschäft im klassischen tagesgeschäft aktiv sein das ist wirklich eher so eine strategische berater rolle das wird sich sehr ralf rangnick hatte ja einen quasi vergleichbaren job schon und in der zeit hast du nichts von ralf rangnick mitbekommen da werden ein paar dinge hinter den kulissen in die wege geleitet aber du kriegst nach außen hin wenig mit als trainer von rb leipzig bist du zweimal die woche in irgendeiner pressekonferenz du stehst jede woche mindestens einmal wenn nicht zweimal an der seitenlinie du bist omnipräsent in der form nicht haben wir schon gesagt ab wann erster januar erster januar geht es los aktuell ist der mann noch im urlaub aber kurz marco rose wird entlassen ist dir bewusst dass die drei größten rb vereine alle kumpels von jürgen klopp an der seitenlinie stehen haben nein marco rose sehr alter bekannter von jürgen klopp in mainz unter klopp gespielt von ihm ganz ganz viel gelernt wer ist bei new york trainer sandro schwarz unter jürgen klopp gespielt auch ein sehr guter bekannter wer ist bei salzburg aktuell trainer pepin leinders das ist ein ehemaliger co-trainer oder jahrelanger co-trainer bei liverpool gewesen das ding das ding wer weiß warum die überhaupt in diese rollen gekommen diese und das und das ist mich noch ein abschließender schließender gedanke und schön dass du das so eingeleitet hast ist nämlich wir sollten uns nicht davon wir sollten nicht auf den gedanken kommen dass diese geschichte nicht seit einem halben jahr geplant und eingestiehlt ist denn das ist sie so das ist nichts was gestern entstanden ist oder sowas ich bin überzeugt davon dass klopp bei seiner abschiedsrede für liverpool genau wusste was seine zukunft bringt in der bewertung spielt das keine rolle und ich bin ich finde schon dass es in einer sache eine rolle spielt weil mir wurden ein bisschen zu oft auf social media die vergleiche mit max ehrer das gerade sagen wir beteiligen uns nämlich nicht daran dass wir sagen oh jetzt macht er hier sagt er erst müde und fünf monate später das geht uns nichts an er kann vor fünf monaten sehr sehr müde gewesen sein ich der paar mal so mit burnout geflirtet hat weiß dass das schön formuliert ich weiß aber zum beispiel auch es kann sein dass du heute denkst ich muss acht monate pause machen zwei wochen urlaub und die welt sieht wieder anders aus und zum anderen wie gesagt noch mal da ist nicht ins klassische profi fußball tagesgeschäft eingestiegen ich glaube nicht dass das das ist eine reine spekulation und mutmaßung ich glaube nicht dass das der anstrengendste job der welt sein wird ja glaube ich auch nicht auch wenn er so bezahlt wird wahrscheinlich also mein letzter satz dazu jürgen klopp ich hatte niedrige erwartungen an dich aber god damn bruder die hast du wirklich gewaltig unterlaufen ja und ich habe es jetzt ja versucht an der einen oder anderen stelle vielleicht ein bisschen versöhnlich zu formulieren ich glaube wir haben wirklich die perspektive ganz gut aufgezeigt warum man das machen könnte und das war mein einziger wunsch eigentlich das zu tun weil ich bin persönlich mega enttäuscht weil ich ich bin großer jürgen klopp fan gewesen das weißt du wir haben uns oft was jürgen klopp angeht in jahre bekommen weil ich ihn persönlich von seinem charakter zumindest das was man ich habe den nie persönlich kennengelernt aber ich habe jedes längere interview mit ihm gehört ich habe ihm gerne zugehört ich habe viel von ihm konsumiert ich mag seinen fußball ich war jürgen klopp fan und dass der man das diesen schritt geht hat mich wirklich gestern enttäuscht verstehe ich und das möchte ich noch mal einmal ganz klar unterstreichen mich auch ich bin nur immer sehr daran versuchen mögliche perspektiven zu beleuchten ich bin das ist das tat weh gestern also definitiv und man kann ja auch sagen weißt du wenn jürgen klopp nicht diese karriere gemacht hätte bei den traditionsvereinen so erfolgreich war dortmund aus aus dem dreck geführt hätte dann hätte ich ja diese abneigung gegen klopp gar nicht erst gehabt die basierte darauf dass er in einem bereich etwas sehr sehr gut macht auf eine art und weise hinter der ich stehen kann weißt du ich gesagt habe das ist mir zu viel gutes hier sonst wäre das ja alles glaube ich nie passiert und wie gesagt für mich war es auch gestern null prozent das gefühl von ich habe es euch doch gesagt sondern einfach nur warum machst du das ich möchte ein letztes zitat noch einbringen was ich gefunden habe was viele von uns schon mal gesehen haben ich glaube das war in seiner abschiedsrede vor einem halben jahr da hat er gesagt und selbst wenn es nur die drei klubs gewesen sind bei denen ich als geile klub dann waren es drei geile klubs drei geile klubs drei geile klubs und ein konstrukt ohne seele ohne sinn mit viel viel geld ja glückwunsch was die bezahlung angeht an dieser stelle an jürgen klopp und seine familie das noch ein und noch eine tatsache das passiert uns immer noch allen zu häufig in frankfurt und ganz vielen anderen deutschen vereinen und fankurven sagt man was im sinne von spieler kommen trainer gehen scheiß egal osge sagt man in frankfurt erinnert euch wieder mehr an diesen satz macht niemanden zu kult heroes zu göttern hängt euer glück nicht an persönlichkeiten die können euch nur enttäuschen wir hatten gestern viele kommentare und dann frag kalt show so es war wirklich leute geschrieben ich habe den fußball abgeschworen das hat mich gebrochen und da muss sagen hängt euer glück nicht an jürgen klopp oder irgendjemand anderem in diesem bereich und dann hat aber auch jemand die letzten zehn bis 15 jahre nicht gut aufgepasst und einiges verpennt so ist es das war's von uns für heute eure meinung zu jürgen klopp gerne in die kommentare und wir sehen uns morgen bereits wieder zum nächsten video tschüss abonniere